Vorhundert wird Ihnen präsentiert von Schmollpasta, denn Schmollpasta ist doch die Beste. Herzlich willkommen zur 36. Folge von Vorhundert. Heute ist der 27.02.2016 und heute von Vorhundert Jahren ist der 27.02.1916. Das Quartett Klotwig, Harald, Steffen und Luis berichten aktuell von Vorhundert Jahren. Ja, danke Silke, danke für den tollen Einspieler. Hier, ich bin's, Luis, Steffen, bist du da? Ich bin auch da, ja, vielen Dank an Silke für den tollen Einspieler. Einspieler, da kommen noch so einige in den nächsten Folgen. Ja. So, was, ja, eine neue Folge von Vorhundert, was wird uns heute erwarten? Allerhand, zunächst erzählst du noch so einiges vom Podcamp, Luis. Du warst auf dem Podcamp. In Essen, genau. In Essen, letztes Wochenende, hast du auch ein paar Hörer getroffen, wie ich gehört hab, da erzählst du gleich noch so einiges drüber. Dann hast du eine neue Rubrik gegründet, zusammen mit dem Hörer Marius, und zwar wir... Ja, Rubrik nicht, wir stellen einen Film vor. Naja, und letztes Mal hast du auch einen Film vorgestellt, also ich finde, das könnte auch eine neue Rubrik werden, vielleicht nicht regelmäßig, aber... Gucken wir mal, wo uns das hinführt. Gibt uns Feedback, ob das so gut oder schlecht die Idee ist. Danach haben wir ein tolles Thema, nämlich Verdun. Verdun, das, die Urkatastrophe, Verdun. Verdun. Jeder, der jetzt im Ersten Weltkrieg denkt, denkt an Gräben, und der denkt auch an Verdun. Das hat jeder schon mal gehört. Und genau heute, von vor 100 Jahren, wurde... Na, heute nicht von vor 100 Jahren, aber letzte Woche von vor 100 Jahren wurde das Fort Duermont erstürmt von den Deutschen, überraschend. Und wir werden einen Großteil der Folge Verdun widmen. Genau. Und ja, und dann kommen auch schon Klotwig und Harald. Ja. Und Steffen und Louis sind auch noch dabei. Ich würde gerne sagen, dass einer von uns auf der anderen Seite des großen Teiches, des Atlantiks, sitzt, aber wir haben nur die Elbe zwischen uns. Ja. Ja, ja. Man könnte auch sagen, vielleicht ein wenig Spree. Und ein bisschen Spree. Ja. Die ist aber dreckig, so. Ja. Okay. Ja, Louis, du warst auf dem Podcamp. Ich war auf dem Podcamp. Ich war letzte Woche noch auf dem Podcamp. Das ist in Essen, im Unperfekthaus. Das ist so ein richtig schönes Haus, wo so kreative Projekte verwirklicht werden können. Keller sind so Fotostudios. Das hat so fünf Dottwerke. Das ist so sehr labyrinthartig. Ja, und Samstag und Sonntag war eine Horde wild gewordener Podcaster vor Ort. Ich würde mal schätzen, 100 Leute waren bestimmt da oder 70 so drumherum. Und es wurden Barcamps veranstaltet zu allem möglichen Thema. Hardware. Es wurden Live-Folgen aufgenommen. Ich habe eine mit damals TM zusammen aufgenommen und es war ein echt schönes Wochenende. Ich glaube, du musst mal kurz für alle Unwissenden erzählen und erklären, was ist ein Barcamp? Okay, da fragst du eigentlich genau den Falschen. Ich habe schon mehrere mitgemacht. Ich habe noch nie Definitionen gesehen davon auf Papier. Aber was macht man denn auf einem Barcamp? Aber grundsätzlich ist Barcamp so, es gibt irgendwie Räume und Zeiten, aber keine Themen. Die Themen werden spontan beschlossen, mehr oder weniger. Und da gibt es dann eine große Runde von allen Leuten. Und dann kann man entweder sagen, hey, ich mache hier eine Veranstaltung. Zum Beispiel, ich bringe euch bei, wie man schön draußen Geräusche aufnimmt als Podcaster. Und frage, ob jemand Interesse hat. Und dann melden sich welche. Und wenn sich genug finden, dann sucht man sich einen Slot und macht dann einfach das Barcamp. Und dann erzähle ich den anderen was über, wie man draußen rumläuft und tolle Geräusche von rauschenden Blättern oder sowas aufnimmt. Und hast du da auch ein Barcamp gemacht? Nee, ich habe keins gemacht. Ich hatte eigentlich was vor. Die andere Variante ist, was man aber auch machen kann, was ich bei Barcamps super finde. Man kann auch sagen, Leute, ich möchte einen Podcast machen, ich habe überhaupt keine Ahnung. Gibt es hier noch mehr, die das gleiche Problem haben und kann mir das mal irgendjemand erklären? Und zum Beispiel, das hatten wir in Essen. Das hat der Marius gemacht, den wir später hören werden. Und da haben sich auch welche gefunden, die dann gesagt haben, yo, ich habe das gleiche Problem. Oder, ja, ich bin ein erfahrener Podcaster, ich zeige dir mal, wie man es richtig macht. Und dann gab es eine spontane Veranstaltung. Es ist eigentlich ein ziemlich cooles Konzept mit den Barcamps. Gut. Ja, das finde ich auch. Das ist so schön lockerflockig, ohne großes Konzept. Finde ich gut. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen unsere Show. So einfach mal spontan was machen. Ja. Und ich habe viele coole Leute einfach mal wieder getroffen. Den Jörn Schaar von Jörn Schaar Feindes Podcast. Wir hatten eine super Unterhaltung. Er hat in seinem Podcast erwähnt, er hat sich mit mir unterhalten, er hat aber schon wieder vergessen, warum. Jörn, ich kann es dir sagen, wir hatten eine richtig tolle Geschäftsidee. Unter anderem die Geschäftsidee, praktisch liegende Arbeitsplätze zu verkaufen für Leute, die im Homeoffice sind. Da müssen die morgens Bett nicht mehr verlassen. Das war eine von fünf kongenialen Geschäftsideen. Und Jörn, wir hatten schon beschlossen, wenn du das hörst, den Porsche zu bestellen, bevor wir anfangen zu arbeiten, weil wir sowieso reich werden. Okay, also ich sehe, ihr hattet Spaß. Ja. Den Jörn müsste man auch kennen aus Kooperation mit 400, denn wir haben zusammen mit ihm den Eintopf-Podcast gemacht, zusammen noch mit anderen Podcastern. Ja, der macht tolle Sachen. Dann habe ich sehr viel Zeit mit Martin verbracht, vom Staatsbürgerkunde. Martin, wenn du das hörst, war lustig mit dir Wodka zu trinken. Ja, und Ulrike war auch da, war auch cool. Sein Freitag quasi. Vom Exponiert-Podcast. Vom Exponiert-Podcast, genau. Also ein Haufen cooler Leute waren da, war richtig lustig für das Wochenende. Vielen Dank an die Organisatoren, die in ihrer Freizeit so ein super Event auf die Bühne stellen. Ja, ich wäre auch gerne mitgekommen. Vor allem war ich ja ein bisschen neidisch. Du hast dich ja mit dem Dirk vom Anerzähl-Podcast unterhalten. Ich finde ja, das ist einer der besten Podcasts, die wir in Deutschland gerade haben. Also einfach von inhaltlich, aber auch von der Art, wie er den macht, ne, Steffen? Ja, ich wundere mich immer wieder, wie er, also er muss sehr, sehr effizient arbeiten können, weil ich finde, jede Folge, die rauskommt, ist qualitativ sehr hochwertig. Und auch die Seite, die Seite von ihm auch, die gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, Steffen, wie viele Folgen bringt er, wie ist seine Häufigkeit? Na, er bringt jeden Werktag eine Folge raus. Und Dirk hat einen normalen Fünf-Tage-Job und er bringt jeden Tag eine Folge raus. Das ist super. Alleine als Single-Team, also er hat auch mal erklärt, wie er das macht. Er macht fünf, er macht mehrere Folgen in einem Tag. Also er macht in einem Tag irgendwie alle Folgen für zwei Wochen. nimmt er auf und einen weiteren Tag schneidet er alle. Völliger Wahnsinn. Finde ich aber gut. Ja, und der hat auch auf seiner Seite, jetzt nicht zum Anerzählt-Podcast, der hat noch eine andere Seite, podcorn.de, hat er eine gute Seite, die erklärt, was ein Podcast ist. Die werden wir, da werden wir mal fragen, ob wir die nicht mal verlinken dürfen. Ja, genau. Das fragen wir hiermit an, die werden es dann nochmal schriftlich fragen. Ja. Okay, so viel zu den Hausmeister-Themen. Ich würde sagen, wir widmen uns jetzt den Themen von vor 100 Jahren und fangen an mit einem schönen Film, den Marius und ich geguckt haben. Ja, so richtig schön, Geschichtsunterricht-Stile-like. Wir gucken erst mal ein Filmchen, wa? Na, ich hoffe nicht so schlimm. Okay, schauen wir mal rein. Ihr habt es vorher aufgenommen und dann würde ich sagen, spielen wir es doch mal ein. Ja, hallo, hier ist der Luis und ich bin hier mit dem Marius. Hallo, Marius. Ja, hallo, Luis. Ja, Marius, lieben Dank, du hast dich doch gemeldet bei unserem Aufruf für Leute, die sich für den vor 100 Podcast, die ihre Stimme den vor 100 Podcast zur Verfügung stellen. Ja, das ist richtig. Und wir hatten irgendwie entdeckt bei der Kontaktaufnahme, dass du lustigerweise in Spuckweite bei mir wohnst um die Ecke zu Fuß, 10 Minuten entfernt. Ja, das stimmt. Ja, eine Viertelstunde brauche ich schon, wenn ich laufe. Ja, und dann haben wir gleich mal ein Bier getrunken. Ja, auch zwei. Ja, vielleicht auch drei. Es waren ein paar mehr, glaube ich. Ja, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, wie viel das waren. Es waren ein paar Biere. Und unter anderem haben wir in den letzten Wochen, wir waren nach einem Podcast, Podcast Camp in Essen, haben wir einen schönen Film geguckt. Und zwar welchen, Marius? Gallipoli von 1981. Und warum haben wir den denn geguckt? Also, es war aber schon kein Zufall. Ja, das ist richtig. Wir haben natürlich gedacht, wir gucken einen Film, der auch ein bisschen was mit vor 100 zu tun hat. Der Film spielt nämlich genau fast vor 100 Jahren. Und zwar beim Angriff auf Gallipoli in der Türkei. Genau, im Mittelmeer. Das ist ja diese Halbinsel vor Istanbul. Und da hatten mal die Briten und die Australier und die Neuseeländer die unglückliche Idee, zu landen. Norm, D-Day im kleinen Format, das ist furchtbar schief gelaufen. Ganz genau. Ich glaube, da hattet ihr auch schon mal eine Folge zu gemacht. Ja, genau. Churchill hatte die Idee. Genau. Und wie wir in deinem Podcast gehört haben, waren die Hauptleute, die da gelandet sind, Neuseeländer und Australier. Deswegen ist das auch ein australischer Film von Peter Weyer. Und der Cast, wer da alles mitspielt, ist jetzt nicht so bekannt. Aber eine der Hauptrollen ist Mel Gibson als sehr, sehr junger Mann. Den kennt man. Der ist ja auch Australier. Genau. Den Film hat er zwei Jahre nach seinem weltberühmten Mad Max gemacht. Und ich würde sagen, gehört auf jeden Fall zu einem seiner wichtigen Filmen in den Schritt zum berühmten Hollywood-Star. Und worum geht es in dem Film? In dem Film geht es um zwei Freunde. Und wo sind die? Ja, es geht um zwei Freunde. Und beide sind Läufer und gehen natürlich, also wie der Titel schon sagt, landen sie natürlich irgendwann in Gallipoli. Das passiert alles in drei Akten. Im ersten Akt sind sie in Australien. Und der Hauptdarsteller, das ist Archie, gespielt von Mark Lee, möchte sich gerne melden. Er ist total begeistert von der Armee und möchte unbedingt gerne zur Kavallerie. Ja, diese Kriegsbegeisterung, diesen völligen Wahnsinn. Ja, richtig. Wobei, ich glaube, in Europa war die stärker. Aber ich will da jetzt nichts mutmaßen. Auf jeden Fall möchte Archie unbedingt zur Kavallerie und geht auch prompt zum nächsten Ort und will sich dort dann mustern lassen. Aber die stellen fest, Junge, du bist noch nicht 21, geh mal wieder zu Papi. Okay. Lustig wäre es, wenn der Film an der Stelle einfach aufhört, aber tut er wahrscheinlich nicht. Nee, leider nicht. Beziehungsweise Gott sei Dank, sonst wäre der Film ein wenig langweilig, weil das passiert ganz am Anfang des Filmes. Oder fast ganz am Anfang des Filmes. Nach einem wunderschönen Wettrennen von Archie gegen ein Pferd. Archie rennt durch die Wüste barfuß gegen einen Farmarbeiter, der mit dem Pferd rennt und gewinnt dieses Rennen auch noch so. Wie soll das verraten sein? Also der Junge kann laufen? Ja, er kann laufen. Sein Freund Frankie kann auch sehr gut laufen. Es sind beides sehr, sehr gute Läufer. Und Frankie ist jetzt Mel Gibson, ne? Genau, Frankie ist Mel Gibson. Und so, jetzt kann praktisch Archie nicht zur Armee. Was macht er jetzt? Ja, jetzt müssen sie ja irgendwie versuchen, zur Armee zu kommen. Beziehungsweise Archie möchte zur Armee. Frankie ist da noch gar nicht so begeistert von, weil er denkt, das ist eher so eine britische Angelegenheit, was hat er als Australier damit denn zu tun. Und die haben jetzt eine mega schlaue Idee, meine ich, dass sie einfach in der einen Stadt tatsächlich funktioniert, jetzt gehen sie ins Rekrutierungsbüro einer anderen Stadt. Ja, genau. Sie fahren nach Perth. Ja, in Westaustralien die einzige Stadt eigentlich da. Von einem Nennzelt der Größe. Dort angekommen, lassen sich neu mustern und werden auch eingezogen. Warum hat es diesmal geklappt? Und währenddessen hat Frankie auch die Motivation gefunden, sich zur Kaffnerie zu melden. Und diesmal wurde Archie, vorher hat es nicht geklappt, weil er zu jung war, jetzt klappt es weswegen? Weil die beiden sind ja schlau, machen vorher eine wenig Verkleidung, und sie kleben Archie einfach mal einen Bart an. Ja. Wunderschön voll Bart. Ehrlich gesagt, das sah in Filmen ziemlich scheiße aus, aber es hat funktioniert. Es sah halt sehr ungefliegt aus mit seinem angeklebten Bart. Genau. Ja. Auf jeden Fall kommt Archie wie gewünscht zur Kavalerie, und Frankie kommt zur Infanterie, was er nicht so gut findet, aber ist halt passiert. Und dann geht auch schon der zweite Akt los. Sie sind jetzt plötzlich in Kairo, beziehungsweise außerhalb von Kairo, mitten in Ägypten, und haben dort, durchleben dort verschiedene Trainingscamps und werden dann noch ausgebildet an der Waffe. Ägypten war damals sozusagen britischer Kolonialbesitz. Richtig. Und hatte Grenze zum Osmanischen Reich. Also war sozusagen noch Frontgebiet. Genau. Und man merkt halt an dieser Stelle, die haben eigentlich noch gar nicht begriffen, was da los ist. Es ist ein Riesenspaß für beide dort, die Ausbildung zu machen. Ich erinnere mich an einer Szene. Es ist auch sehr nett, den beiden zuzuschauen, weil wenn sie da irgendwo durch den Sand robben und Schießübungen machen, kommen ständig irgendwelche Ägypter an und wollen dann irgendwelche Apfelsinen und irgendwelche anderen Objekte verkaufen. Oder uralte Relikte aus der Ägypterzeit, wo dann plötzlich alle dieselben Relikte in der Hand haben, weil sie sie gekauft haben. Ja, ganz lustig. Genau, der wird nur in die Karte verkauft. Also aus den 3000 Jahre alt. Und alle kaufen es vor Begeisterung. Und zum Schluss stellt sich raus, alle haben die gleiche Fälschung gekauft. Genau, die Ägypter haben da auf jeden Fall einen Sinn fürs Geld machen. Auf jeden Fall. Ja. Die Freude wird aber nicht lange, ne? Denn? Nee, die Freude wird nicht lange, denn bald kommt der Einrufbefehl, dass sie nach Galipoli reisen. Ja. Damit ist dann auch der zweite Akt vorbei. Und die Kacke ist am Dampfen. Die Kacke ist am Dampfen, ja. Jetzt sitzen sie in Galipoli. Ja. So Schützengräben, Granaten fliegen, Menschen sterben. Ja, Schützengräben, Granaten fliegen. Die Infanterie steht neben der Kavallerie ohne Pferd, weil Kavallerie sind ja eigentlich die, die auf den Pferden sitzen. Aber das ist hier gar kein Unterschied mehr irgendwie. Wobei sich die Kavalleristen ja immer noch als Besseres fühlen, aber auch nicht sehr lange, weil irgendwann merken sie, der beste Freund steht neben einem im Schützengraben. Also fangen wir zusammen, weil weiter, denke ich mal, gehen wir nicht fort. Sonst kann man den Film ja nicht mal gucken. Wir wollen nicht alles erzählen. Aber der Film hat drei Akte. Der erste Teil spielt in Australien, wo sich zwei Freunde kennenlernen und beides zur Armee melden. Dann werden sie versetzt im zweiten Akt des Films nach Ägypten. Dort werden sie final ausgebildet, erleben einige Abenteuer, weil es für die meisten Australier die erste große Reise waren. Und im dritten Akt, finalen Akt des Films, kommen sie nach Kalifornien, an die Front. Ja, Weltreise auf Staatskosten, ne? Sozusagen. Aber neidisch bin ich nicht, weil es so viele nur ein One-Way-Ticket. Ja, ja, ich glaube, Ägypten war ganz lustig für die meisten. Ja, das stimmt wohl. Aber Marius, jetzt haben wir praktisch die Handlung kurz erklärt. Wie hätte der Film denn gefallen? Wie ist deine Meinung zu diesem Film? Also, ich fand den Film wirklich schön. Also, gerade so die Kamerafahrt oder die Landschaften, die dort gezeigt werden, gerade in Australien und auch in Ägypten, sind wirklich beeindruckend. Also, wenn man den Film gucken möchte, gerne auf einem großen Fernseher oder am besten auf einem noch größeren Fernseher. Ich weiß noch, wie diejenigen gesehen haben, der Fernseher hing ganz schön hoch. Da hat man echt einen Nackenstörer bekommen. Ja, Kritik angenommen. Aber es gab selbstgebrautes Bier. Das war sehr lecker. Ja, kein Problem. Gibt's nächstes Mal wieder. Ja, gerne. Und der Film fesselt einen eigentlich von vorne bis hinten. Also, man kommt nie langweiler auf. Auch wenn der Teil, wo wirklich Krieg passiert, gar nicht so viel ist vom Film. Aber der gesamte Weg dahin ist auch, glaube ich, eher so die Geschichte, was da passiert. Also, mir hat der Film von der Handlung und auch von der Spannung sehr viel Spaß gemacht. Ich kann Ihnen nur weiterempfehlen, dass man diesen Film sich auch mal anschaut. Auf einer Skala von 1 bis 5, was würdest du sagen? Ja, mindestens 4. Super. Das ist aber echt meine Aussage. Ja, wenn nicht besser. Du guckst ja sehr oft Filme, ne? Und ich hab's dir mal erzählt und du hast eigentlich nur ganz, wirklich nur die Top 2% mit 5 Sternen praktisch versehen. Also, 4 Sterne heißt bei Mario schon echt viel, oder? Ja, gut. Aber ich hab in letzter Zeit auch sehr viel Mistfilme gesehen. Aber der gehört nicht dazu? Nee, auf jeden Fall nicht. Also, daher nicht. Und dann geben wir dem Film am besten nochmal eine spezielle Verhundertwertung? Auch hier würde ich sagen, ist sehr interessant, auch weil sehr, sehr viele historische Punkte hier angeschritten werden. Einmal diese Kriegsbegeisterung oder die Erwartung von seinen jungen Leuten wirklich in den Krieg zu gehen. Also, in einer Szene in dem Film kommen die beiden Freunde in ein Haus und von einer Familie und die haben eine sehr, sehr gut aussehende Tochter da sitzen und eine schöne Blondine, weiß ich noch. Ja, eine schöne Blondine und guckt sie an und dann kommt der Vater. Na, habt ihr euch auch schon gemeldet? Also, wenn ich Söhne hätte, hätten die sich auch direkt gemeldet. Also, ist halt so ein Punkt vom sozialen Druck, dass man nicht nur, wenn man, man meldet sich nicht nur, weil man unbedingt motiviert ist, sondern auch, weil es jeder von einem erwartet. Und wenn man es nicht tut, ist man eher ein Absonderling. Ja. Ja, dann, dann so weitere Punkte, wie, wie, also was ja so ein zeitlicher Punkt ist, bis zu diesem, also bis zum Ersten Weltkrieg, war Kavalerie immer noch eine relativ bedeutende Kampfeinheit in dem Krieg und hier stehen halt hinter Kavalerie und Infanterie direkt nebeneinander mit derselben Bewaffnung und es gibt eigentlich keinen Unterschied, außer in ihrem, in ihren Klappenbezeichnungen oder Rangabzeichen. Da will ich mich aber nicht zu weit aufs Fenster legen. Ich bin kein Militärmensch. Aber das ist schon so. Ich bin jetzt auch kein Experte der australischen Armee, aber die hatten da schon Unterschiede in den Uniformen. Allein die Kavaleristen, die hatten so schön eine Cowboyhütte mit so einem weißen Federbusch und das sah schon sehr adrett aus. Das hatten Infanteristen nicht. Ja. Das war schon cooler, Kavalerist zu sein, glaube ich, wenn man aus einem Pferd rumreitet und so. Das kommt auch, glaube ich, sehr gut an, ja. Ja, wenn man sich auch, ich sag mal, alte Fotos von oder Bilder von Kavaleristen angibt, die wirklich Jahrhunderte vor dem Ersten Weltkrieg runtergelaufen sind und man sich schaut, mit was für einem Wust an Schmuck und an designten Sachen, die da rumgelaufen sind. Also das muss schon was Nettes gewesen sein und was Hochrangiges. Und wenn man der zeitgenössischen Literatur glauben darf, kam es immer bei den Damen sehr gut an, wenn man Kavalerist war. So Infanterist war immer nicht so hoch angesehen. Ja. Ja, das ist richtig. Ja, dann würde ich sagen, Gallipoli, australischer Film 1981, empfehlen wir zu gucken, toller Film. Marius, vielen Dank. Ja, gern geschehen. So, damit sind wir wieder zurück. Interessante Filmkritik. Vielen Dank an Marius und auch an dich, Luis, dass ihr uns diese Kritik gegeben habt und Zusammenfassung von dem Film. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn mir ansehen werde, aber er kommt auf meine Watchlist. Bei Letterboxd. Letterboxd, ja, Letterboxd verlinken wir auf jeden Fall nochmal. Ein soziales Netzwerk von Filmen, Filmenliebhaber. Da gibt es auch eine vor 100 Filmliste mit allen Filmen, die wir schon mal in diesem Podcast besprochen haben. Ja, finde ich gut. Aber du, Steffen, bevor wir hier weitergehen, ich habe einen tollen Zeitungsartikel gelesen. Dann ist der 100 Jahre alt? Nee, ich meine 30, 30 Jahre ist er alt. Okay, worum geht es da dann? Und zwar Helmut Kohl und Mitterrand, kennt man ja, Kohl, deutscher Bundeskanzler, Einigung und so, und Mitterrand, der damalige französische Präsident, stehen vor dem Gebeinhaus, vor dem Fort Douaumont und gedenken den Gefallenen. Und dann, während sie so still dastehen, die stehen so quasi zu zweit und oben hin den beiden Staatsoberhäuptern ist sozusagen ein Platz, so ein Kreis an Menschen und die gedenken halt, das haben so eine Schweigeminute. Und dann tut Mitterrand es. Mitterrand nimmt seine Hand, hält sie Helmut Kohl entgegen, sie stehen aber beide nebeneinander und Helmut Kohl greift zu und ist einfach nur dankbar und es ist eine menschliche Geste vor den Toten, vor dem Gemeinhaus. Dann stehen die beiden da wie so kleine Schulkinder, die Händchen halten oder frisch Verliebte und diese Szene ist in die Geschichte eingegangen. Dieser Handschlag wird immer ins Gedächtnis bleiben, dieser beiden Nationen, finde ich, und war ein großes Zeichen der Versöhnung zwischen Deutschen und Franzosen. 1984, ja. Großes Symbolbild. Ich finde, dass viele das mittlerweile auch schon vergessen haben. Ich glaube, das wissen die meisten gar nicht mehr, dass es da so eine Szene der Versöhnung gab. Wo war denn das Gebeinhaus, Steffen? Das ist beim Fonds, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, Duormont. Duormont, das ist bei Verdun. Verdun, apropos Verdun, ich würde mal sagen, dieses Thema, das werden wir jetzt erstmal behandeln. Luis, Verdun, warum wollen wir jetzt über Verdun reden? Verdun ist praktisch die berühmteste Schlacht im Ersten Weltkrieg. Da sind unfassbar viele Menschen gestorben und verwundet worden. Ich glaube, sie ging 300 Tage und sie begann quasi genau von vor 100 Jahren. Ja, ich muss auch sagen, werden wir da und Somm auch noch. Das sind somit die Schlachten, an die ich mich erinnere im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg. Genau, was fällt denn ein, wenn man den Ersten Weltkrieg hört und jetzt nicht gerade entweder so einen wunderschönen Podcast selber produziert oder Hörer von solch Podcasts ist, sondern quasi unbeleckt ist. Welche Wörter fallen einem da ein? Also mir fielen sofort ein Sarajevo, ein deutsches Reich, Wilhelm, dann Stellungskrieg, wer da? Ja. Und höchstens vielleicht noch Somm. Somm, ja ja, Somm, natürlich. Dann vielleicht noch Oktober und November, bei mir würden danach kommen, Oktober und November Revolution und aus privatem Interesse, weil ich in Neuseeland war, Gallipoli, aber dann ist aber auch schon Schluss. Ja, genau. Und alle diese Themen werden wir natürlich ausführlich behandeln. Und jetzt ist vor 100 Jahren Warverdang. Aber wenn wir jetzt über Warverdang reden, Luis, müssten wir erst mal klären, wo das so liegt, wo man das geografisch einordnen kann. Da Luis und ich echte Geografie-Experten sind, lohnt es sich an dieser Stelle zu sagen, man sollte nochmal selber die Maps der Wahl aufrufen, egal Google Maps. Aber so viel sei gesagt, es ist in West in Ostfrankreich. In Ostfrankreich. Es grenzt, also es ist sehr, sehr nah beim Saarland und Luxemburg. In Lothringen, sozusagen. Und es liegt ungefähr 200, ein bisschen mehr als 200 Kilometer west-östlich von Paris, nahe Reims und der Champagne. Und wie viele Einwohner hat die Stadt heute? Irgendwie 18.000 oder sowas. Es ist keine Riesenstadt. Das weiß ich nicht, aber Verdun ist nicht sehr riesig. Und es ist quasi so ein Tal in so ein sehr hügliches Gelände praktisch eine Stadt drin. In so einem Tal halt. So ein bisschen wie Jena oder Stuttgart. Also du hast halt so Berge leicht drüber rum und in so einem Tal drin, da liegt Heidweidam. Drunten im Tal. Und ja, also jetzt, das ist die geografische Lage. Luis, wie ist denn aber die politische, na, in dem Moment, die politische Lage nicht, aber die militärische Lage gerade. Das ist auch noch interessant zu sagen. Wie, wir haben ja letztes Jahr nochmal so einen kleinen, kleinen Ausblick auf 1916 gegeben, dass die Mittelmächte gerade groß in der militärischen Führungsposition sind, wenn ich das so sagen darf. Ja. Wie ist denn da so die Lage? Mach doch mal so eine kleine Zusammenfassung, warum die Mittelmächte jetzt gerade Berdang angreifen könnten. Na, also warum gerade Berdang ist nochmal ein zweites Thema, aber die haben quasi ressourcens frei für Offensivaktivitäten, weil aus Sicht der Mittelmächte die Kriegslage aktuell, also von vor 100 Jahren aktuell, logisch, quasi halbvoll ist, das Glas ist halbvoll, weil Serbien ist gefallen, sprich am Balkan gibt es gerade keine Problembären. Bulgarien ist auf der Seite der Mittelmächtigen Krieg eingetreten, dadurch fiel Serbien. Die Österreicher halten sehr gut quasi die Italiener auf in den Bergen, da gibt es quasi keinen Fortschritt, was gut ist für die Mittelmächte, weil die wollen dann nur verteidigen gegen Italien und Italien kann quasi nicht viel bewirken und die Russen sind politisch und wirtschaftlich und auch militärisch sehr instabil und machen keine nennenswerten Offensiven und entlasten dadurch die Deutschen und die Österreicher an der Ostfront, sodass halt Truppen und Material frei sind, um die Initiative zu ergreifen. Gut, das hast du schön gesagt. Dann, warum Verdun? Das ist eine sehr gute Frage. Das haben wir uns jetzt auch schon im Vorhinein vor dem Podcast gefragt, warum Verdun? Ohne Miss, ja, gerade mal jetzt vor der Aufnahme wirklich furcht gegoogelt, warum Verdun? Weil das erschließt sich auf dem ersten Punkt jetzt nicht. Also Verdun ist eine kleine Stadt, die hat wirtschaftlich keine Bedeutung, da wohnen auch nicht viele und die ist mit der am schwersten befestigte Punkt an der ganzen Front und wurde schon die ganze Zeit massiv ausgebaut. Die stärksten und modernsten Forts von Frankreich, die späteren Vorbilder der Marginot-Linie im Zweiten Weltkrieg, die stehen vor Verdun und das Gelände um Verdun ist sehr hüglich, wenig zugänglich und auch nicht wirklich für einen Angreifer geeignet, bevorzugt er den Verteidiger. So. Und jetzt stellt man sich die Frage, warum Verdun? Und jetzt beschließen die Deutschen genau an den Punkt anzugreifen, aber mit allem, was sie haben. Das ist nicht einfach nur mal ein Angriff und mal zu gucken, wie der Gegner so drauf ist, sondern alles, was sie übrig haben an Material, also an Ressourcen, an Menschen sowie an Munition und Geschützen, schicken die Deutschen nach Verdun und planen Generalstabsmäßig eine Großoffensive. Es werden extra Eisenbahnlinien dahin verlegt, damit die Granaten antransportiert werden können. Also die Franzosen, die waren regelrecht überrascht von dem Angriff. Die wussten zwar, dass bei der Mars, das ist ja der Fluss, der bei Verdun fließt. Aber warte mal, das ist ja schon der Angriff. Die waren ja überrascht. Aber die Frage ist, warum Verdun? Das haben wir noch gar nicht erklärt, Steffen. Ich wollte nur damit sagen, dass die zwar wussten, dass da ein Angriff kam, aber die waren selber überrascht, dass Verdun so heftig angegriffen wird. Na, die haben damit gar nicht gerecht. Die wurden völlig überrascht. Und ja, warum wir da, wir haben da so eine kleine Theorie. Und zwar hat man in den letzten Jahren, es ist ja sicher, der Stellungskrieg recht schnell, ähm, ähm, na, ähm, ja, es gab einfach keinen Durchbruch. Es gab keinen Durchbruch, kein Weiterkommen. Keine Bewegung. Genau, und jetzt, jetzt, es stellt sich die Frage, wenn man es jetzt schafft, wir da anzugreifen und sogar zum Fallen zu bringen, eine der stärksten befestigten Anlagen, dann, dann könnten, dann könnte das den Franzosen sagen, hey, wenn wir da, also wenn die Deutschen schon Werda einnehmen können, dann werden die auch, äh, die anderen, an den anderen Frontverläufen große Gewinne erzielen. Ja. Das ist quasi ein Symbol. Wer Verdun erobert, schafft auch den Rest. Das ist halt eine klare Ansage, wer hier gerade die Initiative hat, und quasi, wo er möchte, Raumgewinne erzielen kann. In so einer Zeit, wo alle dachten, ein entscheidender Durchbruch ist nicht mehr möglich, weil eigentlich hat die Armeeführung gerade in Deutschland für sich erkannt, also mit diesem Stellungskrieg, das ist ja so, wenn man angreift, kommt man nicht durch und er leidet wesentlich höhere Verluste als der Verteidiger. Quasi, das war die Erkenntnis. Und zumal auch von Verdun aus, es ist eine gute Möglichkeit, zu verteidigen, aber das ist auch eine gute Möglichkeit, um weiter anzugreifen und dann die französischen Stellungen zu flankieren. Ja, Flanke, Flanke ist immer gut, wenn es um Angriffe geht. Steffen, wie findest du die Idee, in Verdun einzugreifen? Was ist deine persönliche Meinung zu? Ich persönlich möchte ja niemanden angreifen, aber aus der damaligen Sicht, ich kann schon verstehen, warum man auf Seiten der Mittelmächte dachte, dass es jetzt sinnvoll wäre, wer da anzugreifen mit diesem Großangebot, denn was sich ja später dann gezeigt hat, sie hätten es ja fast beinahe schaffen können. Das war ja gar nicht so unrealistisch, das zum Fall zu bringen. Und jetzt mal ehrlich, wenn sie es wirklich geschafft hätten, wer weiß, wie der Krieg dann ausgegangen wäre. Ja, das weiß man nicht, weil jetzt, heute vor ein paar hundert Jahren, die Mittelmächte stehen stärker da als die Alliierten, weil die Mittelmächte können quasi jetzt ihre Kräfte auf die Franzosen konzentrieren und wenn sie die ausschalten können, ist der Krieg gewonnen. Zumal auch die Franzosen, also das ist auch so ein Ding, die Franzosen hatten zu Verdun als Nachschublinie, hatten sie nur eine Straße. Oder eine Eisenbahnlinie, aber eine ganz kleine. Ja. Die Deutschen hatten allein 14 Eisenbahnlinien und der Plan war ja quasi, die Franzosen, das Ziel war gar nicht mal immer primär der Raum gewinnen. Die Deutschen haben auch gesagt, wir greifen da jetzt an und wir müssen gar nicht verdammt schnell erobern. Wenn die Franzosen ganz viel Nachschub in das Gebiet fahren und halt quasi sich zum Kampf stellen, haben wir auch das erreicht, was wir wollen. Weil die Aussage vom deutschen Oberchef, Obermufti, der heißt von Falkenhayn, der hat den allerersten von Mölke quasi ersetzt und der hat gesagt, wir müssen gar nicht die Front durchbrechen und Armeen einkästen und da flankieren. Es reicht, wenn wir die Franzosen vor Verdun quasi zum Kampf stellen können, weil er der Meinung war, er hat die besseren Soldaten und mehr Ressourcen. Wenn die sich da zum Kampf stellen, kann er die quasi da zermürben, in einer Zermürbungsschlacht, dass sie sich so entscheidend geschwächt werden, dass sie entweder meutern oder er woanders angreifen kann und Durchbruch erzielen kann. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt zum Angriff. Kann man verstehen, warum sie da angreifen. Ist aber auch eine perverse Taktik, weil er kalkuliert gigantische Verluste quasi mit ein. Ja, vielleicht kann man schon mal vorgreifen, wie viele Verluste gab es denn da so auf beiden Seiten, Luis? Die Franzosen hatten 160.000 Tote und 210.000 Verwundete, die Deutschen nur ungleich weniger. 140.000 Tote und 190.000 Verwundete in einer Schlacht, die 300 Tage ging. Also, man kann sagen, fast 600.000 Tote. Und der begann, der Schlacht war am 21. Februar 1916. also heute nur quasi heute von vor einer Woche. Ich muss mich korrigieren, nicht fast 600.000 Tote, sondern Tote und Verwundete. Ja, heute von vor 100 Jahren. Und eine Woche, ja. Und die Schlacht ging los, indem die Deutschen eine Million Granaten, das hat die Welt noch nicht gesehen, in neun Stunden auf die französischen Stellungen abfeuerte. Dass da noch was steht, ja, danach. Also, eine Million so eine Million Granaten in neun Stunden. Das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Das waren über 1200 Geschütze und die haben halt neun Stunden am Stück gefeuert, so schnell wie die Mannschaften feuern konnten. Und so ein Geschütz kann alle zehn Sekunden eine Granate aussprungen. Das heißt, die haben dann alle zehn Sekunden eine Granate rausgerotzt für neun Stunden lang. Ja, so ein ähnliches Szenario haben wir immer in Berlin zu Silvester. Ja. Das ist ungefähr so ähnlich. Und, Entschuldige, das war ein ganz schlechter Witz, aber der muss jetzt sein. Kommen wir wieder zurück zu Werder Dach, Luis. Ja. Du hattest gesagt, da gab es einen Militärstreich. Da gab es irgendwie so ein, auf der französischen Seite gab es schlechte Absprachen, die erstmal zu starken Verlusten geführt hatten. Ja, genau, da kommen wir gleich zu. Wir können ja erstmal sagen, also nach neun Stunden Bombardement greifen die Deutschen an und bekommen aber eine unerwart starke Verteidigung und erleiden Verluste, können aber trotzdem Raumgewinne erzielen. Und zwar mehr Raumgewinne, als sie eigentlich gedacht hätten und quasi, und sie gehen halt sehr vorsichtig vor. Also die Deutschen haben angegriffen und haben nicht mal an den eigenen Sieg gedacht? Doch schon, die haben schon an einen Sieg gedacht, aber es ist halt schwierig. Also die haben mehr Widerstand als erwartet und können quasi die Franzosen zurückschlagen und Raumgewinne erzielen. Gleichzeitig nutzen sie das Potenzial, was sie haben, gar nicht so richtig aus. Es ist halt so eine Mischung aus allen, weil es ist halt eine Schlacht, das ist halt Chaos und dann kann keiner so richtig mehr beeinflussen, was dann auf einmal losging. Ja. Naja, wenn du schon, über ein Jahr lang Stellungskrieg hast, dann bist du da erstmal sehr vorsichtig. Weil du weißt, alles was du einnimmst, das kann in vielen den nächsten Tagen schon wieder zurückgehen. Und die Deutschen haben auch sehr viele Flieger zusammengezogen, hatten die Luftwahrheit und greifen an. Und das Ziel war unter anderem das berühmte Fort Duomont. Das ist die modernste französische Festigungsanlage, quasi das Kronjuwel an den Festungen von Vorwärterung. Und man würde jetzt denken, eine Festung ist so voller Geschützen und Soldaten, aber es war damals so, dass die eigentlich nur ein, zwei Geschütze hatten in einer riesigen Festung und 60 Soldaten, weil die Franzosen nicht gedacht hätten, dass die Deutschen so wahnsinnig sind und Vorwärterung angreifen. Und der Plan war, im Falle eines Angriffes diese Festung mit den Regimentern vor Ort zu verstärken. die Franzosen haben ja auch diese Festungen, also du hast ja gerade gesagt, mit viel, viel Material, die beschossen wurden und die trotzdem stand, die waren so gut gebaut, dass die im Zweiten Weltkrieg die Franzosen ihren Bunkerbau überdacht haben. Und das Problem war ja, dass wenn die Deutschen so ein Fonds einnehmen, dann können die Franzosen den Fonds auch nicht mehr gut beschießen, weil der halt von den Deutschen benutzt wird, als Schutz. Und für den Zweiten Weltkrieg dann die Bunker, die dafür dann gebaut wurden, als Verteidigung, da hat man dann dafür gesorgt, dass die auf der einen Seite halt schlechter geschützt sind, dass man dem besser von der einen Seite eingreifen kann, als von der anderen Seite. Das ist interessant, das habe ich noch nie gehört, cool. Aber es macht auch Sinn, weil das Fort-Duo-Mont wurde 300 Tage lang schwer beschossen und es war davon 90% der Zeit in der Hand der Deutschen und der sicherste Ort in diesen 300 Tagen war dieses Fort, weil das hielt alles aus. Das steht auch heute noch. 2,5 Meter dicke Betonwände. Das ist gewaltig. Ja. Das kann man einfach nur sagen, es ist gewaltig. Und dieses Fort, was quasi der Brunkstück, dieser Front, Brunkstück ist falsches Wort, also quasi das, was man haben möchte als Angreifer, hatte 60 Soldaten, wie ein, zwei Geschütze, war überhaupt nicht vorbereitet auf den Angriff und selbst vier Tage ungefähr nach Angriff der Deutschen waren die da immer noch nicht richtig eingestellt und dann haben die Deutschen dieses Vor schwer beschossen mit ihren Geschützen und die 60 Mann haben sich quasi in das Innere zurückgezogen, um nicht getroffen zu werden während die eigenen Geschosse halt quasi auf das Vor einprasseten haben sich 20 deutsche Soldaten auf eigene Faust gegen die Anordnung ihrer Vorgesetzten entschlossen, dieses Vor handstreichartig zu übernehmen. Das heißt, diese 20 Soldaten haben unter Beschuss der eigenen Artillerie diese 60 Leute gefangen genommen und das Vor übernommen. Das ist auch sehr waghalsig. und in Deutschland gab es dann landesweit riesige Feiern, weil dieses Vorgefallen ist und für die Franzosen war das ein unfassbarer Verlust, eine schwere nationale Niederlage, die auch dann dazu geführt hat, dass Joffre abgesetzt wurde, richtig, Steffen, und Pertong eingesetzt. Ja, genau, Pertong, zu dem möchte ich generell nochmal was sagen. Das ist eine sehr interessante Geschichte, auf die ich gestoßen bin. Warte mal ganz kurz, vielleicht kannst du mal kurz sagen, wer war Joffre? Joffre war zu dem Zeitpunkt der Oberhaupt, der hatte das Oberkommando. Über die französische Armee, das war so ein dicker Typ, der war richtig schwer mit so ein Schnurrbart. Und die Frage ist, wurde der abgesetzt oder nur der Kommandeur der französischen Truppen unter Joffre? Ich glaube, der wurde nicht abgesetzt, sondern nur Philippe Pétan wurde eingesetzt in Verdun. Genau, so war das. Also Joffre wurde, glaube ich, noch nicht abgesetzt. Also Joffre blieb im Amt und Pétan wurde quasi der Oberbefehlshaber der französischen Streitkräfte um Verdun. Und du wolltest gerade noch was sagen. Ja, Philippe Pétan wird uns in den nächsten Jahrzehnten noch beschäftigen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit und der hat doch einen sehr interessanten Lebenslauf ab dem Ersten Weltkrieg, möchte ich mal sagen. Absolut. Der lebt schon eine ganze Weile, der ist nämlich 1856 geboren, also der ist schon quasi Rentner, als der Erste Weltkrieg eintritt, der ist schon fast in Pension. Das ist der Wahnsinn, der kommt aus der Rente und ist jetzt noch so lange in der Weltgeschichte. Ja, der ist noch nicht Rentner gewesen, aber schon quasi. So ein bisschen wie der war schon alt. Ja, genau. Ein bisschen wie Hindenburg, den haben sie auch aus der Rente geholt. Genau, so ein bisschen wie Hindenburg. Und der hat letztendlich mit dem Ersten Weltkrieg auch seine ersten richtigen Gefechtseinsätze gehabt, also der war kurz vor der Pension, war sein Leben lang beim Militär und hat mit dem Ersten Weltkrieg sozusagen überhaupt mal seine ersten richtigen Einsätze gehabt. Und dann als Obermufti von Verdun, als das Ford Duomond gefallen ist. Keine beneidenswerte Aufgabe, würde ich sagen, Steffen. Und da fragt man sich, warum setzt man denn so jemanden ein? Und das hat ein bisschen was mit der, das hat nicht nur ein bisschen was, das hat was mit der Offensiv- und Defensivstrategie von Frankreich zu tun. Jetzt bin ich mal gespannt, Steffen. Und zwar dieser, da gibt es also die Strategie von Frankreich mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges ist eine Offensivstrategie. Das heißt, man greift halt an und der, der angreicht, gewinnt. Weil es ist wie im Fußball, nur wer Tore schießt, kann gewinnen, oder? Sozusagen. Du erinnerst dich ja, du erinnerst dich, wir müssen da mal ein bisschen zeitlich zurückgehen, du erinnerst dich an so 1870, 71, die deutsch-französische Krieg. Genau, die Deutschen greifen an, machen die Franzosen platt sozusagen und gewinnen den Krieg. Und die Franzosen hatten damals eine, also die Franzosen waren denn nach dem Krieg der Meinung, dass diese Niederlage, dass eine Hauptursache in der Niederlage, in der, der Niederlage in der defensiven Grundhaltung der Franzosen lag. Dass sie zu, zu selten angegriffen hätten und sie hätten einfach mal nach vorne stürmen müssen, heldenhaft, mit Mut und dann hätten sie auch die Deutschen besiegen können. Also wie ein Fußballspiel, man macht ein Eigentor und verliert 1 zu 0 und sagt hinterher, naja gut, wenn man selber nicht angreifen, Tore schießt, darf man sich nicht beschweren, wenn man nicht gewinnt. Genau, und seitdem hat sich dann so ein Wandel vollzogen in der französischen, ähm, in der französischen Militärstrategie und Taktik, dass man gesagt hat, okay, wir dürfen nicht so defensiv sein, wir müssen, wir müssen offensiv sein. Das heißt, wir müssen mit ganz vielen Mann nach vorne preschen und ein, ein Präventivschlag, der, der dann lebend für den Feind ist, den müssen wir durchführen. Und dann, können wir auch den Feind besiegen. Und der, der Pétan, der hat es dann schon so um 1911 erkannt, äh, Moment mal, äh, guckt euch mal bitte an, was die, was die für neue, moderne Waffen alle haben, diese neuen Maschinengewehre, wenn wir da nach vorne preschen und einfach losrennen, dann werden wir alle getötet und laufen in die Kugeln rein. Und der, der Geoffre damals, von Generalstabschef, meinte denn, naja, nee, das ist Quatsch, Pétan, wir müssen offensiv sein. Diese defensive Grundhaltung, von der du da erzählst, das ist völliger Quatsch, wir müssen offensiv sein. Und jedenfalls haben sie ja dann, als der erste Weltkrieg ausbrach, haben ja die Franzosen genau das gemacht, die sind mit ganz viel Mann, sind sie losgestürmt, die Deutschen hatten Maschinengewehre und ja, gab es halt tausende und tausende Verluste. Es war ganz interessant, genau, die hatten ja angegriffen in Elsass-Lothring, während die Deutschen quasi eine riesen Flanke über Belgien aufgemacht haben und die wurden trotzdem zurückgeschlagen. Der Angriff war erfolglos. Ja, und das, also wie gesagt, Frankreich mit Ausbruch des ersten Weltkrieges, da sah es gar nicht gut aus für Frankreich. Das sagen sogar Historiker, dass die Deutschen sich hätte unbedingt zurückziehen müssen, quasi. Die haben ja quasi die Franzosen zurückgeschlagen dann in Elsass-Lothring, während oben dann die Flanke durch Belgien lief. Ich weiß nicht, ob ich das erklären kann. Und die Deutschen haben dann quasi auch dort angegriffen. Die hätten quasi versuchen, die Franzosen noch weiter ins Land zu ziehen. Genau. Noch weiter weg von den vorrückenden Drücken, die nach Paris gehen. Aber anderes Thema. Hätte ihre Welt bringt ja auch immer nichts. Genau, und der, jedenfalls wurde der Pétan wurde dann nach Verdun versetzt, zum Zeitpunkt des Angriffs und der hat dann einige Neuheiten gemacht. Zum einen hat er gesagt, nee, nicht offensiv, sondern defensiv. Wir müssen jetzt hier anfangen zu verteidigen. Und dann, wir haben es vorhin schon gesagt, es gab nur eine richtige Straße, wenn man so will, für Nachschub. Wie hieß die, Steffen? Ach, ich kann ihn nicht aussprechen. Komm, tu es. La Voix Sacré, glaube ich. Ja, La Voix Sacré. Komm, damit gehen wir jetzt. Genau, das ist super. Der Verhundert-Podcast sagt, es heißt La Voix Sacré. La Voix Sacré, genau. Berichtigung gerne in die Kommentare. Aber wir lassen gar keine Kommentare zu. Jedenfalls, wo war ich jetzt? Genau, das ist die einzige Zufuhrstraße, die einzige richtige Nachschubweg. Und der Piedon hat dafür gesorgt, dass die ununterbrochen genutzt wird. Da müssen immer LKWs langfahren. Und wenn wir Soldaten an die Front schicken, dann dürfen die nicht die Straße benutzen, sondern die müssen da neben der Straße marschieren, damit LKWs durchfahren können. Und kaputte LKWs sofort an den Seitenrand schieben, damit sich da gar kein Stau bildet. Und dann wird auch regelmäßig, muss da jemand langfahren und muss da irgendwelche Reparaturmaßnahmen an der Straße durchführen. Also sogar dafür war gesorgt. Er hat da richtig Optimierung betrieben. Also quasi, die sind da wirklich durchgefahren. Die Soldaten mussten marschieren, durften die Straße nicht blockieren. Alles, was liegend bliegt, wurde aus der Seite quasi geschoben. Genau. Und wo kamen denn die Wagen her, Steffen? Die Wagen? Hm? Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Die wurden doch beschlagnahmt, meine ich. Achso, du meinst jetzt, redest du jetzt von der Taxi-Legende, oder? Nee, das war die Mahneschlacht. Ich weiß jetzt nicht über die Autos. Das weiß ich jetzt nicht. Achso, die wurden quasi landesweit beschlagnahmt. Also die wurden versucht überall aufzutreiben, weil man musste halt diese ganzen Nachschub, also die Deutschen hatten jetzt Hügel, 14 Eisenbahnschienen hatten die, die Franzosen hatten im Wesentlichen eine Straße und eine alte Eisenbahnstrecke. Und da mussten die Analog-Zumane halt alles beschlagnahmen, was halt da war und da diese riesen Armee vor Verdun ein Jahr lang, knapp ein Jahr lang versorgen über diese heilige Straße. Genau. Sacré, Sacré von Sacrileg, heilig. Genau, und dann hat er noch ein, ein, ja, also das Problem war, dass wenn du immer nur verteidigst, dann kann es auch zu Meuterungen kommen oder zu Missmut in der, unter den Soldaten. Und der Piedon hat halt ein System entwickelt, mit dem sozusagen immer wieder, das ist so eine Art, wie kann man das beschreiben, so eine Art Karussell oder Rotationsprinzip. Ja, Rotationsprinzip. Rotationsprinzip, ja. Und zwar Stell dir gerade vor wie so ein Melkkarussell, da werden die Kühe in so einen Kreis reingesteckt und dann werden die immer gemolken und fahren kaum wieder raus und dann kommen immer neue Kühe rein. Neue Kühe rein. Genau, also er hat es Noria Reserve System genannt und da musste halt jeder, also fast jeder Soldat seiner Meinung nach muss mal nach Verdun gegangen sein. Das heißt, also jeder Soldat, das war denn in der Realität war das dann natürlich nicht jeder, aber fast jeder, musste mal für eine gewisse Zeit in Verdun kämpfen, aber nur für eine kurze Zeit und dann wieder zurück. Kannst du mir mal sagen, wie relativ gesehen, wie viele französische Daten so ein Prozent waren, Frau Verdun? Ach, du fragst mich jetzt nach Zahlen hier. Das muss ich mal nachschlagen. 80 Prozent. 80 Prozent, danke. Lisa, du fragst es mich und weißt es nicht. Ja, das ist gemein, oder? Ich fühle mich manchmal wie so ein Geschichtstest hier. Ja, 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 und das ist, dann hat er noch Parolen, also er hat er noch, also er hat auch sehr viel von Propaganda, ja nicht Propaganda, aber von Durchhalteparolen verstanden. Zum Beispiel hat er immer wieder gesagt, Il ne passeront pas, sie werden nicht durchkommen, sie werden nicht durchkommen, das hat er immer wieder gesagt und auch in der Nachkriegszeit wurde er mit diesem, mit diesem Satz berühmt und interessant ist ja, dass in diesem, bei der Gedenkstätte zu Verdard ist auch eine große Statue von Pétan, genau, von Pétan ist errichtet worden und da steht drauf Il ne sont pas passés, ich weiß jetzt nicht, ob das französisch korrekt ausgesprochen wird, aber was ich damit auf Deutsch sagen möchte, sie sind nicht durchgekommen, steht da übersetzt. Finde ich, das ist echt eine schöne Geschichte. Ja. Ich erinnere mich gerade an, hast du Herr der Ringe geguckt? Gondalf? Ja. Gondalf, du kommst hier nicht vorbei. Ja, stimmt. Für den Ballrock, wo er auf der Brücke steht, in diesem, in diesem Moriamin. Genau, also Pétan ist sozusagen der Gandalf, der, der, der Gandalf, genau, der die Deutschen aufhält. Und die, also die, die Entente-Mächte sind die Gefährten, genau. Genau, und der Stab ist französische Armee, der die Brücke quasi zerstört und den Ballrock in die Tiefe stürzt. Genau, also ich, ich weiß jetzt auch nicht, was jetzt der Ring in der Geschichte ist und, und also Mordor und der Schicksalsberg, müssen wir nochmal gucken, der Schicksalsberg liegt vielleicht in den Karpaten oder so. Schauen wir mal. Ähm, aber quasi der Gandalf des ersten Weltkriebs, Philipp Pétan, genau. Hat nochmal eine Statue an seiner Wirkungsstätte, wo draufsteht, ihr kamt hier nicht vorbei. Genau, und eine letzte Sache noch zu Pétan, und das hat mich sehr, sehr bewegt. Der wurde ja dann schon 1916 groß gefeiert, nachdem er damit Erfolg hatte im Verdun und auch in den Zwischenkriegsjahren, zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, da, da war er Nationalheld, wurde dann zum Marschall von Frankreich ernannt. Also er war der absolute Oberguru in Frankreich, ne? Alle Frauen wollten Kinder von ihm, alle Männer wollten so sein, die Philipp Pétan, weil er war der Typ, der Gandalf Frankreichs. Er hat gesagt, ihr kommt hier nicht vorbei, sie kamen nicht vorbei, er galt als der Retter der Nation, als der Heilsbringer, als Jesus, als Reinkarnation von Jesus. All diese Attribute, ja, galten für Philipp, aka Gandalf. Genau, also, also nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg war Pétan bekannter als die Beatles. Ja. Und dann, und das in den 20er Jahren, bekannter als die Beatles, okay, wir schweifen ab. Jedenfalls, und dann, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend, nämlich, dann hab ich mir, hab ich geguckt, naja, wie ist der denn eigentlich gestorben und wie ist Pétan denn, also, es gibt noch eine, eine Schlüsselszene, die später Pétan sehr geprägt hat und auch die französische Nation, nämlich, Hitler-Deutschland hat Frankreich ja angegriffen. Und besiegt. Ja, genau. Und kurz vor der Kapitulation, also Frankreich hat massive Lust erlitten und die Deutschen kamen immer stärker Paris, an Paris heran und dann wollte man mal noch als Symbol, um die Truppenmoral zu stärken, hat man dann Pétan als Stellvertreter der Regierung ernannt. Aha. Der sollte noch mal, der sollte noch mal was reißen, der sollte noch mal den französischen Soldaten Mut bringen und hier, wir haben sie ja schon einmal zurückgejagt und jetzt werden wir es noch mal tun nach dem Motto. Also erst Pétan der Graue und jetzt Pétan der Weiße, wie analog zu Gandalf in dem Herr der Ringe Film. Ja, es ist genau wie bei Herr der Ringe, Luis. Aber jetzt kommt es anders, das kann man schon mal sagen. Er wurde ernannt zum Stellvertreter und kurze Zeit später hat er dann die Kapitulation Frankreichs bekannt gegeben, zum Miss Moth Fila. Und wo hat er die unterzeichnet? Das finde ich besonders skurril. Also ich meine, das kann man sich in keinen Romanen ausdenken, das gibt es halt wirklich nur, wenn man da in die Geschichte guckt. Also wo hat er denn die Kapitulation unterschrieben? An der gleichen Stelle, wo damals das Deutsche Reich die Kapitulation unterschrieben hat zum Ersten Weltkrieg. In so einem Eisenbahnwagen in Compagnie, Compagnie, ich kann es nicht aussprechen. In einem Eisenbahnwagen. Einfach in einem Eisenbahnwagen. Im Schicksalsberg, genau. Nicht Schicksalsberg, aber in so einem französischen Ort, der mit C anfängt und E aufhört. Im Schicksalszug. Was auch wir sagen jetzt hier, dieser Ort heißt Compagnie. Alle Franzosen dürfen uns schlagen. Genau, genau. Und es heißt, der Gandalf, der Verteidiger von Verdun, der Nationalheit Frankreichs, unterschreibt die Kapitulationsverkündung von Hitler und quasi, er war auch dann die entscheidende Figur oder eine der entscheidenden Figuren im Vichy-Frankreich dann, was halt, es ist Rumpf-Frankreich, was eigentlich nur Südfrankreich, so ein bisschen Marseille und Umland umfasst. Genau. Und ja, wir wissen alle, wie die Geschichte weiterging. Gott sei Dank wurde Hitler besiegt. Aber dann, jetzt wird es nochmal spannend, ne? Und dann, was ist dann passiert? Dann wurde, dann gab es auf einmal einen Prozess um Pétan und am 14. August 1945, da wurde nämlich dann Pétan des Hochverrades beschuldigt und für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Zum Tode? Ein sehr alter Mann. Wie alt war er da? War ja 56. Was habe ich gesagt? 56. Da war er 89 Jahre alt. Wahnsinn. Und dieser 89 Jahre alt, der hält Frankreich. Also der Typ, der vor Verdun wirklich die Kohlen aus dem Feuer geholt hat, der wird wegen Hochverrat zum Tode verurteilt. Steffen, was hältst du denn davon? Naja, es geht ja noch weiter. Also das Gericht hat sich dann an Charles de Gaulle noch sogar gewendet und meinte, aufgrund des Alters und der Verdienste im Ersten Weltkrieg sollte man die Todesstrafe in eine lebenslange Haft abmildern. Vielleicht noch zu Charles de Gaulle. Charles de Gaulle war der erste Präsident des Nachkriegs Frankreich. Das ist praktisch der neue Gandalf. Also der ist, der war übrigens auch vor Verdun und wurde, hier steht sich der Kreis, der wurde vor Verdun im Fort Duomont gefangen genommen. Charles de Gaulle war jahrelang Gefangene der Deutschen und als die Deutschen 1941, 1941 wieder angriffen, ist er ins Exil gegangen nach England und hat die Franzosen zum Widerstand gegen Deutschland aufgerufen, ist dann über die Normand und die kennt man ja, ist wieder zurückgegangen nach Frankreich und wurde dann Präsident. Charles de Gaulle, ganz wichtig. Und übrigens, ein Flugzeugträger, gleichen Namen steht gerade vor Syrien, heute, nicht von vor 100 Jahren und schickt Kamtschatz nach Syrien. Der einzige atombetriebene Flugzeugträger Frankreich heißt Charles de Gaulle. Egal, anderes Thema. Und wie gesagt, er wurde dann tatsächlich dann doch nicht zum Tode verurteilt, aber zu einer lebenslangen Haft auf der Oh Gott, Ile-Dieu. Das heißt Ile-Dieu. Ile-Dieu, also eine Insel. Eine Insel. Eigentlich eine Insel, wo er dann gefangen war und dort auch starb, kurze Zeit später, nämlich 1951. Und sein letzter Wille war es, in Verdard in diesem großen Gedenk, bei dem Denkmal, bei diesen Gräbern auch begraben zu werden. Und das wurde ihm nicht gewährt, diese Bitte. Was hältst du davon? Er wurde dann tatsächlich in Ile-Dieu begraben. Was hältst du davon, dass sie ihn verwehrt haben? Ich finde das sehr, sehr fasziniert, dass man nach dem Ersten Weltkrieg da noch so, dass man ihn als Helden feiert und dann nach dem Zweiten Weltkrieg ist er dann so verhasst, dass man ihn nicht mal diesen Wunsch noch mal erfüllen möchte. Das fände ich sehr faszinierend. Fingst du es moralisch richtig? Also ich finde ja sowieso von letzten Wünschen, die man nicht mehr mitkriegt, finde ich immer ein bisschen affig. Ich habe bis zu dem, also bis zu diesem Podcast wusste ich gar nicht, dass Philippe Pétain so eine Galionsfigur war und anscheinend auch so eine tiefe Narbe in Frankreich hinterlassen hat. Das fand ich, also ich finde es interessant. Okay, aber du hast jetzt keine moralische Meinung dazu, nach dem Motto, er sollte seine Gebeine vor Verdun in die Erde stecken können oder Also ich finde, ich finde, man hätte ihn das schon gewähren können, ja. Es ist ja, ist er dann auch in den 70er Jahren, hat irgendwelche Anhänger haben wohl seine Gebeine, ich habe das jetzt nur in der Wikipedia nachgelesen, aber angeblich haben in den 70er Jahren irgendwelche Anhänger seine Gebeine entwendet, wollten die in Verdun begraben, ebenfalls flog das aber alles auf und die Gebeine wurden wieder zurückgebracht zu dieser besagten Insel, also sogar in den 70er Jahren hat man den Wunsch nicht mal gewährt. Also ich finde es ein bisschen happig, ehrlich gesagt, allerdings bin ich auch Deutscher und wer weiß, wie man in Frankreich aufwächst, wer weiß, was in der Schule unterrichtet wird. Vielleicht ist Petain so eine Art Mini-Hitler mittlerweile, ich weiß es nicht. Ich finde es sehr faszinierend, dass Petain anscheinend so eine tiefe Narbe in der französischen Nation hinterlassen hat. Da sollte man vielleicht sich die Frage stellen, ob es denn richtig ist, dass man dann so ein General zu solch einer Nationalhelden hochstilisiert, weil es ja nur ein Mann und diese Schlacht wurde von vielen geschlagen. Ja. Also ich würde da immer die Sinnhaftigkeit von diesem Heldenschema quasi anbringen. Da hast du absolut recht. Weil auch Helden sind nur Menschen und dann, wenn sie auch noch richtig lange leben, wie Philippe Tong und den Zweiten Weltkrieg auch nochmal quasi dann aus dem Altersheim rausgerollt werden, um eine Rolle zu spielen, ja, dann treffen die Entscheidungen. Die gefallen eigentlich jedem. Ja. Ich fand, das war ein schönes Schlusswort jetzt, denn wir, also ich kenne ja ein paar Helden, zum Beispiel welche, die vor 100 Jahren gelebt haben. Ich auch, ich kenne zwei. Klotwig und Harald. Ja, die habe ich auch gedacht. Wahnsinn. Also die sind auch schon echt wieder, die möchten endlich mal wieder was erzählen, ihre Schnurrbärte flackern schon und flattern schon vor lauter Aufregung. Und ich habe hier richtig brand. Ja, ich brauche unbedingt einen Tee. Ja, nimm dir deinen Tee, setz heißes Wasser auf, hol ein bisschen Honig, mach in den Tee rein. Ich setze mir noch einen Topf auf den Kopf und dann kann man loswerden, ne? zum 27.02.1916. Viel Spaß. das. Samstag, 27.02.1916. Es bleibt kalt und dunkel. Heute wird es den ganzen Tag überwolch sein. Wo wir hier? Harald! Ach, Klotwig, Gott sei Dank, du lebst. Ich hab dich probiert anzurufen. Ja, weißt du, ich steck hier fest. Die Pässe sind blockiert. Ja, du bist doch beim St. Gotthard Pass. Ja, absolut, ich komm hier nicht durch. Sag bitte meinen Freunden Bescheid, dass ich es heute Abend nicht schaffen werde. Ja, was ist denn da los? Ich hab nur gehört, es gab Todesopfer. Ja, es ist alles blockiert. Auch österreichische Soldaten sind gestorben. Die hatten einen Schieleergang. Über 100 sind gestorben durch eine Lawine. Hier ist schwerer Schneefall. Winter. Das ist ja furchtbar. Also, so viele sind da gestorben, das ist ja der Wahnsinn. Nicht nur hier ist Winter, auch in Verdun ist Winter. Es war Schneefall, als die Deutschen 20 Soldaten unter eigenem Feuer das Fort Duomont der Franzosen handstreichartig besetzt haben. Das ist ja, ja, davon hab ich gehört. Und die Aktion ist so behindert, dass selbst die Propaganda der Deutschen sich die nicht ausgedacht haben kann. Ja, ja. Ich hab schon gehört, das soll ja eins der schwierigsten und bestbefestigsten Festungen sein, die es da in Frankreich gibt. Wahnsinn. Die Deutschen nehmen es einfach ein. Und ich habe auch gehört, dass das Fort überhaupt nicht bewacht war, weil sich die Soldaten versteckt haben und B, weil ein General beim Wachwechsel geschlafen hat und quasi die Deutschen einfach reinlaufen konnten. Da hat einer geschlafen? Ja, das sind die Gerichte. Und irgendwie, also ich kann mir nicht glauben, dass sich sowas jemand ausdenkt. Das ist so doof, die modernste, wichtigste Festung da an Frankreich an der Front nicht zu bewachen. Das würden die Deutschen nicht behaupten, wenn es nicht wahr wäre. Ja, da hast du allerdings recht. Weißt du, da frage ich mich immer, auf der einen Seite, da schaffen die dann in Frankreich so eine große Festung einzunehmen und auf der anderen Seite müssen die aus Kamerun sich gerade zurückziehen. Das stimmt. Die haben aufgegeben, oder? Wie war das in Kamerun? Ja, ja, die deutschen Einheiten hier in Kamerun, die haben sich ergeben. Das war jetzt die letzte deutsche Einheit in Kamerun, die hat sich ergeben. Die hat sich, ja, die Sets, die haben Kamerun aufgegeben. Wahnsinn. Ja, ist vorbei, Kamerun. Ich meine, die hätten ja keine Chance, weil die waren ja umgeben von feindlichen Kolonien, abgestritten von Nachschub. Die Pate aus dem Mann der deutschen Schutztruppe. Was soll da groß sein? Es ist aber, glaube ich, besser für die Bewohner in Kamerun, wenn sie ihren Krieg beendet haben, weil das war eh jetzt nicht entscheidend. Aber lass jetzt mal nicht über Kamerun weitergehen. Wie ist denn da jetzt die Lage? Kannst du denn da jetzt weg, wo du gerade bist? Nö. Das ist okay. Aber wenn ich die Schuhe am Telefon habe. Ja, ich bin jetzt hier sowieso sozusagen eingeschnallt. Ich gucke jetzt erst mal, wie es hier weitergeht. Ja, aber also die Nacht muss ich auf jeden Fall erst mal hier verbringen. Und wir sind hier sehr viele, die gestrandet sind. Ich habe eine Flasche Whisky dabei. Wir werden unsere Zeit uns schon vertreiben können. Und ich finde sowas eigentlich immer ganz lustig. Doof ist nur, dass ich halt meinen Termin halt abend verpasse. Deswegen bitte ich dich ja Bescheid zu sagen. Ich habe noch mal eine Frage. Ich denke mal, die Sache vor Verdun, Einnahme des Forzen, alles. Offensichtlich sind die Deutschen wahnsinnig genug, in Verdun anzugreifen. Hätte nie einer gedacht. Und offensichtlich sind sie nicht unerfolgreich. Wie würdest du sagen, wie geht es denn da jetzt aus überhaupt? Das ist, puh. Also, wenn man sich mal das ansieht, was die letzten, was sie in 2015 alles zustande gebracht haben, trotz dieser großen Seeblockade da von den Briten. Wenn dann mit Bulgarien, die da jetzt dazugestoßen sind, in Russland gibt es immer mehr Unruhen. Und wenn die jetzt noch Verdun einnehmen, dann glaube ich, also die Mittelmächte, die werden den Krieg wahrscheinlich gewinnen. Das ist meine Prognose, ganz klar. Wenn sie es einnehmen. Aber meine Frage ja, werden sie es einnehmen? Weil sie haben jetzt das Fonds eingenommen. Das ist ja nur so ein Fonds und Verdun ist ja noch ein paar Kilometer am Tal dahinter. Naja, ich denke schon. Wie sollen die Franzosen, ich glaube, die haben auch nur eine Nachschubstraße. Wie sollen die denn? Die Deutschen, die müssten ja nur diese Nachschubstraße bombardieren und schon könnten die Franzosen die nicht mehr nutzen. Und Verdun könnte nicht mehr mit Nachschub versorgt werden von französischer Seite. Man munkelt ja auch, die hätten die Lufthoheit. Ja, dann wird Verdun fallen. Das sage ich dir. Ich glaube auch, also der Trops ist gelutscht. Das sage ich dir. Also da kann man echt nichts machen. Also wie sollen die Franzosen das noch reißen? Und wenn die erstmal Verdun haben, die Deutschen, dann können sie Reims und die Champagne können sie ganz gut unterstützen. Vor allen Dingen, das wäre ja ein massiver Vertrauensverlust in die französische Regierung und auch in die französische Armee. Weil wenn die nicht verhindern können, dass Verdun fällt, dann können die eigentlich gar nichts verhindern. Das ist ja irgendwie dann sozusagen so eine Kapitulation. Das sage ich dir. Es sei denn, es kommen vielleicht noch mehr Alliierte dazu. Wenn die Deutschen nochmal ein weiteres US-amerikanisches Boot abschießen mit einem U-Boot, dann wer weiß, es brodelt schon in US-Amerika. In den USA, dann werden die vielleicht auch noch dazu stoßen. Wer weiß. Dann werden wir Folgendes machen. Ich werde es hier mit Whisky anstoßen und hoffen, dass in zwei Wochen dieser elendige Krieg vorbei ist. Was machst du heute Abend? Ich werde da Bescheid geben, dass du, ich habe es schon verstanden, ich werde Bescheid geben, dass du deinen Termin nicht halten kannst. Sehr gut. Du hast sehr gut, sehr gut. Wir beide verstehen uns. Und die Schlange hinter mir ist langweilig, weil die wollen alle telefonieren. Dass wir einfach mal eingeschneit sind. Ich werde mich um deine Verabredung kümmern, lieber Klotwig. Aber besser eingeschneit als Volver Dong. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Mach es gut und pass auf. Frei nicht so laut. Ja. Ciao. Ciao.